Hey, sind sie okay? Die Designs haben den Tempel überfallen. Moment, die Serie hat doch einen Nichtsangriff gehabt mit den Designs. Du meinst, das Abkommen, dass sie unser Dorf nicht überfallen, solange wir die Menschenfamilie überlassen? Ja, Grosemutter sagt, das sei zu meinem Schutz. Ich weiß nicht, wieso, aber sie haben den Pakt gebrochen. Auserwählt, beeil dich und nimm das Wacke. Okay. Ja. Sag vorsichtig, dass du mir allein auserwählst, dass ich dich nicht beschützen kann. Halten Sie durch! Zu spät. Er ist tot. Nein! Ich gehe zum Tappen. Colette, draußen sind die Science. Ja, aber ich muss es tun. Ich bin hier auserwählte. Ich muss sie am Tag der Pufferzeige aus Rakel annehmen. Ihr wartet hier, okay? Nein, willst du etwa Colette alleine gehen lassen? Natürlich. Kannst du auch ruhig abhauen. Ich warte hier auf dich. Colette sagt, ich schaffe das alleine. Du bist ja wohl nicht ganz bei Trost, Leute. Also ich gehe mit Colette. Ach, schön. Ich komme mit. Außerdem mache ich mir auch Sorgen, Professor Ray. Danke, meine Freunde. Colette und Judas haben sich angeschlossen. Ja, ja. Blablabla. Ähm. Kurz noch was einstellen. Ich fülle mir gerade wieder ein. Die Skips sind aus. Gut. Da sind solche kleinen Gespräche zwischen denen. Jetzt weiß ich wieder, was ich noch ändern wollte. Das Hauptfenster. Auch in schwarz. Ähm. Das sind so Gespräche zwischen denen. Gegnerfenster, Systemfenster. Das kann auch schwarz werden. So ein bisschen blau sieht auch nicht schlecht aus. Wenn wir das blaue, ne, ein bisschen dunkler. Dann machen wir das Hauptfenster mal ein bisschen grün. Dann ein bisschen Variationen haben. Was haben wir in Rot? Was haben wir in Win? So. Äh, genau. Jetzt noch so schnell bei dem was einstellen. Strategie. Ausschwärmen. Reserve sichern. Frontlinie. Ausschwärmen. Reserve sichern. Langstreckenmagie. So, Techniken. Da darfst du Wraithruss, Poe Hammer einsetzen. Kein Angel Feathers. Damage Card darfst du einsetzen. Na, kein Rigenball. So. Du darfst nur die Level 1 Sachen einsetzen. Wäre sonst ein bisschen unfair, wenn ich hier schon mit Level 10, was auch immer, alles ankomme. Ähm. Level Grave, Absolute, Medias Storm, Frostbill darfst du. Gut. Ich glaube, es ist keiner. Wie wird sich ein Ritungsbekommen? Kochen. Genus kocht. Er ist der beste Koch von allem. Mit Regal später. So. Bei ihm. Nehmen wir auch mal einfach seinen Besten. Das war... Was hier? Kennt ihr Magie? Und geht hinein. Welcher war das nochmal? Strategie? Auch nicht. Also da wird jedenfalls alles erhöht. Wir sehen uns ja noch besser als der... Nein. Äh. Du bist... Wo war das? Freundschaft. Wahre Freundschaft. Genau. Wahre Freundschaft ist bei dir der stärkste. Äh. Erfahrungsfähigkeit kann ich ja nochmal zeigen. Also sie hat Adlerauge. Erhöht Genauigkeit und Schaden physischer Angriff bei Gegner. Mit dem Fluchtwert. Erhöht Intelligenz und Stärke von magischen Sprüchen. Glück. Glück. Und Status Plus erhöht den Effekt von Heilungen und auf magiebasierenden Statuserhöhungen. Und dadurch hat sie bekommen Pohama. Gelegt durch Konterz mit dem Pohama. Und da kann Diebstahl garantiert. So. Dann haben wir noch Jeans. Magie Energie. Wenn ich ihn spielen würde und A drücke, kann ich schneller meine Magie machen. Dann hier wieder bei... Wenn ich einen Spruch mehrmals hintereinander mache. Ne Moment. Wenn ein Spruch unterbrochen wurde, kann ich ihn nochmal schneller zaubern. Das habe ich relativ egal. Rhythmus. Öh. Achso. Das war das mit dem... Wenn ich ihn drücke, kann ich ihn festhalten. Und hier war das mit dem A drücken, um schneller zu kommen. Und hier nochmal... Äh. Da bin ich mit der Zeit. Dann haben wir, wenn ich den selben Hintern zusammen hintereinander mache, kostet er weniger. Und Konzentration. Ich kann nicht abgebrochen werden bei Magie sprechen. Das ist das Beste, was es gibt. Gut. Wollen wir doch mal gehen. Ist niemand hier. Ja. Sie haben nicht alle von den Designs versteckt. Kulöt. Äh. Kulöt. Frack. Vater. Frank. Äh. Frank. Frank. Es ist wahr, dass die Designs angegriffen haben. Ja, es ist wahr. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sie sind auf dem Weg zum Tempel durchs Dorf geschickt. Vater. Wo ist Großmutter? Fai-Drei ist im Tempel, um dieses Ritual zuvorzubereiten. Fai-Drei ist im Tempel? Aber da wollten doch die Designs. Die Priester sind bei ihr. Macht euch keine Sorgen. Also, Colette. Ich weiß schon. Ich verspreche, meine Fliege als Außerwege zu erfüllen. Viel Glück, Colette. Leute, Genies. Ihr zwei sollten nach Hause gehen. Ich möchte Colette nicht alleine gehen lassen. Ich begleite sie zum Tempel. Ich auch. Na schön. Danke. Ich warte zu Hause. Kommt sofort zurück, wenn etwas passiert. Ja, bei ihm können wir uns jetzt gratis heilen. Komplett heilen. Die Selja. Das Dorf des Orakels. So. Einmal kurz weichern. Wir gehen einfach auf diesen Punkt drauf. Wählen aus. So. Das war das, was wir eben benutzt haben. Einfach mal überschreiben. Gut. Bevor ich jetzt weitergehe, gehe ich kurz in den Shop. Ein bisschen Ausrüstung kaufen. Ein bisschen Nahrungsmittel kaufen. Da können wir auch was besseres kochen, außer ein Sandwich. Willkommen. Keine Gele. So. Erstmal direkt Lebenswasser voll. Ja, ich nehme nicht immer ganz voll. Dann kann ich in den Truhen auch noch was aufsammeln. Das haben wir schon. Stiefel. Sechs Stück. Und alles voll. Es ist ja... Hä? Nein. Ach so, doch. Ja, Hände. Mann. Äh. Ausrüsten. Jeder hat zwei... Hallo? Jeder hat ja zwei Füße, also. Zack. Ein paar Stiefel rein. Dann kann ich eben noch das Gericht wechseln, was Chinas kochen soll. Denn ich kann jetzt... Schawanmushi machen. Allt von Flüchen. Ja. Komm, können wir machen. Gut. Auf zum Tempel. Ich glaube, hier im Dorf kann man sonst nichts Wildes machen. Huiuiui. Und weiter geht's. Und da kommt schon der erste Lose. Boah, ein Monster! Ich dachte, der Norden... Oh? Ist doch da was vorbei? Ich dachte, der Norden, wo der Tempel ist, ist Heiligtum und Schutzgebiet. Sie gibt's da. Das muss mit der Mod mit Prüfung zu tun haben. Zur Prüfung gehört auch das Kämpf. Der Kampf gegen Monster. Wir haben keine Zeit zum Reden. Schnappen wir uns das Ding. Roger! You're going down, so. Ich muss mal schnell einmal das Auge benutzen. Ui, 1200. Ich kann auch noch mal zeigen. Zack, zack, zack. Zwei Attacken. So. Und jeder normale Angriff gibt mir ein PP zurück. So. Hm. Okidoki. Das war ein Klacks. Weil du bist so gewerflich. Äh, naja, das war eigentlich alles diesem Schätzchen hier. Ah ja, stimmt. Der Ex-Vier. Ja, er ist mit dem Kampf gedacht und versteckt meine Kräfte. Und deshalb könnte ich mich gleich abmelden. Aber du bist trotzdem stark, Lloyd. Ja, immerhin sind deine Schwerte nicht gut. Was heißt hier immerhin? Gut, aber gleich erklär ich nochmal ein bisschen was. Das sind noch mehr. Los, ihr zwei. Äh. Warte, Leute. Professor Ring hat gesagt, dass euer nicht-physischen und spirituellen Monstern zwei magierigstvoller physische Angriffe. Tatsächlich? Ja. Okay, dann überlasse ich den Geist Genus. Äh, Genus, nicht erst. Ich nehme mir den Zombie vor. Ja, ja. Ja, kann ich wechseln. So. Ah, gut, dann kann ich den auch mal kurz scannen. Weil ich, ich habe zwar 100% äh, den Dingens hier. Ich habe zwar 100% im Monsterbuch, aber, naja, so komploppelig. Aber das heißt nicht, dass ich auch Dingens hier habe. Was heißt das? Wollte ich jetzt sagen, verdammt. Ich habe zum Konzept gekommen, dass ich nicht auch alle Daten zu den Monstern drin habe. Ich habe zwar einmal gegen jedes Monster gekämpft, aber ich habe nicht alle Daten auch zu den Monstern. Okay, der Shabanushi gibt mir schon mal gar keine... Äh, hat er jetzt gesagt? Wenn man gegen die gefährliche Monster kämpft. Aber das ist wichtig, wenn man einem befreitenden Volk nahe schlicht beisteht. Wir müssen vorsichtig sein. Kommt, auf zum Tempel. Jau. So, äh, machen wir nochmal das Sandwich. Wir sind bereit seid. Okay. Ich mache kurz nochmal speichern. Und ich werde jetzt auch schon von vornherein sagen, ich werde nicht so viel kämpfen. Weil ich will versuchen, das Spiel in weniger als 200 Videos durchzukriegen. Und wenn ich hier jeden dritten Kampf mache oder so, ja, oder überhaupt die ganze Zeit kämpfe, dann komme ich nie dazu. Komm, scann mal das Wölfchen hier. Deswegen werde ich einfach den meisten Kämpfen ausweichen. Er wird auch mit Schwierigkeit gerade nebenbei so ein bisschen. So, komm, scann den auch mal schnell, bevor der stirbt. Zack, komm weg. Ja, das Sandwich gibt ein paar. Warte, wie ist es hier? MPSP, TP? Äh, TP, genau. Habe ich schon gleich vergessen.